Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 6. So, ich schnapp mich mal gerade Madame hier. Danke. Muss echt da dranbleiben. Na toll. So, ist die hier irgendwo zum Bruch gegangen? Ah ja. Ist halt die Frage, warte mal, ich schwimme mal gerade hier runter. Also Hinweise, ich weiß nicht, ob da jetzt mehr da drin steht, als dass es halt ein Boot ist. Das hatte ich ja eigentlich von Anfang an schon ausgefunden. Das war jetzt ja nicht so unwahrscheinlich. Ja, eine Sirene unter Wellen. Ja. Also ein abversunkenes Boot. Steht da rosa dran? Hm. Hm, ich meine, das leuchtet ja auch verdächtig. Boah, was sind diese Haie nervig? Warte, du wirst mal irgendwann mal eine Hapura was finden. Hm. Warte mal, da schwimmt irgendwas rum. Ist aber nicht mehr, oder gerade nicht mehr im Suchgebiet. Wieso ist da hinten jetzt ein Pferd? Also wie gesagt, die rosa habe ich gewonnen. Ich brauche halt diesen blöden Schlüssel. So hat er die vielleicht hier in der Kneipe verloren. Oder vergessen, weil er irgendwas gesagt hat, da geht noch ein Trinken. Das ist ja auch noch im Suchgebiet mit drin. Naja. Äh, nicht der Hohenturm. Da sind Hinweise in den Gedichten. Hast dir wohl gedacht, keiner deiner Scheiße liest? Ja. Äh, der Schlüssel zu Rossas Herzen. Gut, na gut. Das sind Fische zum Angeln, das merke ich gerade. Der Boje ist der Hai. Na, was soll es dieser Suchtschaden machen? Ja, nicht. Ist halt, wie gesagt, früher etwas nervig. Nee, Kampf und Wasser ist halt echt nix. Möchte gerne was, wo ich mich wehren kann. Okay. Danke. Da haben wir sie doch. Ha, praktisch. Alles klar. Dann haben wir das Set komplett. Alles klar. Gut, dann machen wir die Iranische Geschichte noch. Viel Spaß euch beim Angeln. Das ist da hinten. So, mein armes kaputtes Auto. Na ja, du auch. Alles klar, Muli wäre voll. Die Kristalle sprechen von rücksichtslosem und mörderischem Verhalten. Wir müssen über ihre Probleme sprechen und ihren Geist befreien. Da ist doch ein Haus hier. Ah, Entschuldigung. Ja, du bist gerade im Weg. Du störst mich beim Looten. Hallo und willkommen in meiner Klinik. Ich bin Dr. Dabalos, Jaras einziger und bester nicht zugelassener alternativer Psychiater. Die Kristalle sprechen von blockierten Chakren und einem negativen Gleichgewicht in ihrem Inneren. Sie sagen, Sie hätten oft getötet? Sie brauchen dringend mein revolutionäres, alternatives 5,5-Schritte-Therapie-Programm. Fangen Sie jetzt mit Schritt 1 an. Fangen Sie ein paar Fische, mindestens drei. Wenden Sie sich anschließend für weitere Ratschläge an mich. Okay, ich befürchte, das zieht sich länger als mir liebes, aber gut. Okay. Und das ist halt Stufe 1. So, ihr habt ja da hinten auch geangelt. Naja, vielleicht ist es ja doch etwas interessanter, als ich mir das vorstelle. Okay, ne? Ja, na gut, das sind Korallen. Ja, haben wir doch was. Das ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. Irgendwie entspannt. Hm. Ja. Na guck mal, das könnte ja einigermaßen passen. Ich glaube, ich angle von hier aus. Oh, ich glaube, das ist gar nicht so sinnvoll. Habe ich den Eindruck? Ja, das dauert halt einfach so lange. Deswegen entspannt ist anders. Also entspannt schon, aber spannend halt. Aber genau. Deswegen heißt ja entspannt nochmal, weil es auch das Gegenteil davon ist. Ihr seid hier am Angeln. So wird der Hund, der da Wellen schlägt. Ich versuch's noch einmal, dann ansonsten, äh. Würde ich... Das glaube ich auch eher rausschneiden. Na guck mal, da ist doch ein Fisch. Fisch geht da mal dran. Wo kann man halt auch fischen? Ja. Da haben wir doch was. So, dann geht er mal dran, Fisch. Das ist ja nicht der richtige Köder. Vorhin hatte ich ja eine und war halt dieses blöde Ding da im Weg. Nee, das dauert mir grad einfach, ehrlich gesagt, einfach zu lange. Da hab ich echt grad keine Lust drauf. So. Später. Später. Dann mach ich's aber noch einen kurzen Zwischenstopp im Lager. Und würde dann das andere Dings nochmal aufrüsten. Jetzt haben wir das Metall. Und netterweise kommen wir direkt hier an. So. Damit du mir hilfst. Ja stimmt. Und ich glaube, dass... Ah ne. Würde sich dann melden, wenn die Banditen durch sind, ne? Dankeschön. Ah ja. Eine neue... Äh... Schrutflitte. So, neue Jagdgebien. Na gut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld. Ich darf. Aber dann schauen wir mal da hinten. So. Moment. Quatsch. Ich wollte vorher gucken, ob die Banditos fertig sind. Also hier unsere Rebellen. Natürlich kann man nicht springen. Ja, und da haben wir gesagt, das ist hier nicht angenehm zu durchqueren, muss ich sagen. Weil du halt hier überall hängen bleibst und nur diesen... ...dringst da langlaufen kannst. Du solltest deine Ausrüstung auffrischen. Ah ne, ich hab die zwei Stunden. Okay. Alles klar. So, wenn du es doch gerade mal Ruhe gibst, ne? Normalerweise würde ich kein Roadtrip zum Schlund der Hölle vorschlagen. Aber in diesem Fall droht der Höllen Schlund... Ja, ja. Uh. Romantik-Set. Könnte man jetzt... Okay. Die sind eigentlich gar nicht schlecht, muss ich zugeben. Hm. Mysterieller Wirkstoff. Sportflinter, MP. Freie Presse. Ah gut, das wird... Ja. Hm. Gamefett. Ja, der Konami-Code. Ähm, okay. Normalerweise würde ich keinen Roadtrip zum Schlund der Hölle vorschlagen. Aber in diesem Fall droht der Höllen Schlund Yara zu verschlingen. Gut, das sind immerhin nur vier insgesamt. Äh, ich weiß, dass da Einsätze verfügbar sind. Ich möchte das gerne als gelesen markieren. Ja, vielleicht gehe ich da später mit besserer Ausrüstung nochmal. Ich meine, das hier, dieses Schleich-Set hat sich ja doch schon bewährt, muss ich zugeben. Die Waffen ja auch. Vielleicht wird's da noch einfach deutlich einfacher. Weil ich jetzt auch den doppelten Rang habe dafür. Vergleich zu vorher. Aber, wie gesagt, da reizt mich im Moment nicht viel dran. Genauso wie an diesem Angeln. Und ich muss ja auch nicht 100% hier abschließen. Habe ich nicht vor, das dauert mir alles zu lange und macht mir zu wenig Spaß. Ich mache die Sachen, die mich interessieren und dann ist gut. Ich meine, klar, je mehr man Nebenaufträge macht, erstmals gibt Errungenschaften. Andererseits wird normalerweise das Spiel einfacher, wenn man bessere Sachen kriegt. Oder die Spiele werden normalerweise einfacher, aber... Dafür ist meine Zeit mir dann doch zu schade, mich halt mit Sachen zu beschäftigen, die keinen Spaß machen. Das ist hier alles sehr, ja, sehr sumpfig, sehr wässrig. Gucken, wie wir uns dann hier durchschlagen können. Ich muss sagen, das mit dem mehr oder weniger lautlosen Vorgehen geht ja normalerweise echt gut. Nicht... also jetzt mittlerweile. Ich bin doch ein bisschen überrascht. Ich habe es irgendwie heute nicht mit dem Ziel einfach nicht zugeben. Was für eine Überraschung. Die Armee ist hier. Bambi, ich bin beim Hotel. Die Armee war auch. Ich nehme an, das wusstest du schon. Es sind die kleinen Überraschungen, die das Leben erst lebenswert machen. Erspar mir den Blödsinn. Lass mich raten. Ich soll sie für dich ausschalten, ja? Siehst du, deswegen mag ich dich, Horras. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Ein Offizier. Alles klar. Dann kann ich hier schon mal die Viecher hier freilassen. Dann haben wir uns nur ein bisschen was an Chaos gestiftet. Ist halt die Frage, ob die überhaupt was reißen. Schnapp den, Scharfschützen. Okay. Der eine macht zumindest ein bisschen was. Das waren sie jetzt aber, oder? Andererseits müssen wir denn hier wirklich großartig schleichend vorgehen. Nee, oder? Von da her. Könnt ihr mal angehen. Mierde. Okay. Oder hinten noch einen. Na gut, und da noch irgendwo. Hier holen wir dich. Ah, gut. Folge ist rum, aber... ... haben wir ja gleich... ... gerade so. Du hast doch nochmal irgendwas gefunden. Und der hinten dürfte ja mehr oder weniger alleine sein, oder? Ah, du bist's. In Ordnung. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.